Und jetzt kommt der Sound, 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 äh, war, das ist Sound. Und, haha, ich hätte ja auch bei OBS Sound ausgeschaltet, man sah nur das Bild. Oui, Svenny Files. Oh nein, ich wollte schon nicht drei. Ja, wir brauchen mehr Platz, habe ich gehört. Aber wir brauchen keine Knicklichter mehr. Achso, Knicklichter, ja, die sind ja so wichtig. Ja, wenn man auf Nachtservern spielt, ja, durchaus. Das stimmt. Aber ich bin jetzt gerade voll fett am Essen zu looten. Ich auch. Also, wenn du eine ordentliche Waffe für mich findest, sag Bescheid. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Im Supermarkt. Wo ist denn hier der Supermann? Weiß eben nicht, wo bist du denn? Da, wo ich mich ausgelöpft habe. Danke. Das hilft mir jetzt so ungemein, nicht zu finden. Boah, scheiße, ey. Brauchen wir Handschein? Nee, ne? Nee. Wir hören aber auch um das, ähm... Blähn rote Sachen an, oder? Ja. Okay. Dann weiß ich schon mal, auf was ich schießen darf und auf was nicht. Wir waren auf dem Weg zum Ost, der vielfältig mich recht erinnere. Okay, ich stehe jetzt hier gerade, da wo wir angekommen sind, wo ich tieflehrgarn reingeschossen habe. Ich bin gerade in so einem Eckhausticht gerade. Ich stehe auch vor einem Eckhaus. Aber du hast ja auch rote Sachen an, ne? Also, ich gehe nochmal schnell hoch ins Eckhaus. Äh, Eckthaus. Nicht Eck, sondern... Ich komme jetzt auch nach oben. Hier, die Mega-Stabs. Nein, jetzt habe ich natürlich lecks. Sehr schön. Ach, da bist du. Moin, moin. Ja. Ich sehe gerade nichts. Ah, okay, jetzt sehe ich was. Nichts, okay. Alles klar. Ach, da ist die... Dings. Okay, jetzt habe ich diesen Lichtpack wieder. Den ich mit dieser komischen Lampe hatte. Das ist normal. Supermarkt warst du schon drin, ne? Da war eine riesen Axt drin, ne? Hast du gesehen, ne? Ja, da waren ganz viele Äste drin, aber ich habe noch von der Maräte oder sowas. Ich habe genau die Peilung, wo der Supermarkt ist, keine Sorge. Oh, hier ist er. Uhu. Hey. So, ich brauche nur... Oh. Wird aber dunkel, glaube ich, ne? Ach, nicht schon wieder. Also, von mir auch können wir weiterlaufen. Ich muss nur eben kurz... Ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Lass es gut aussehen. Ich sehe immer gut aus. Ne. Ne. Dann nicht du, aber ich dachte, ich hätte jetzt die passende Munition gefunden. Aber immer noch nicht. Ah, hier sieht ein Shotgun drin. Warte, ich komme. Warte, wo, 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 wo? Äh... Bei dem Supermarkt und in einem von den Autos. Wieso läuft mein Stream eigentlich nicht wirklich? Oder ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich den Stream wieder nicht laden kann? Ich bin mir nicht sicher. In dem anderen hier, in dem. Sonst muss man einmal beim... Da war noch irgendwas drinne. Makarov. Kleine Makarov. Makarov? Ja. Okay, dann... Ah, jetzt hast du... Du hast auch gerade einen Rifle fallen gelassen. Ja, ich habe keine Munition dafür. Warst du für die Double Bird oder welche? Ja, ich habe Schroten Munition. Ich muss nur gucken, ob die jetzt da reinpassen. Ich habe nur zwei Schuss, aber ich kann mich jetzt wehren. 7, 6, 2. Okay, jetzt muss ich... Die Tassen können wir hier zwei Mal ein bisschen ändern. Ja, ich kann mich jetzt wehren. Nicht doll, aber immerhin. Ein Steakmesser. Ein Messer hast du jetzt, ne? Das hast du hier, ne? Können wir eigentlich ja... Streichholz habe ich. Äxte. Hast du auch. Oder eine Axt. Ich habe auch eine Axt. Können wir eigentlich mal ein Vieh töten. Man kann auch Menschen essen, ne? Das weißt du, ne? Ja. Man muss nur noch loslaufen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber... Hier bei dem Klavierhaus gewesen. Beim Supermarkt. Ah ja, okay. Ah, ich bin heiß. Ja, ich habe ein bisschen Legs. Ja, hatte ich auch eben. Das liegt dann am Spiel. Okay. Warte, ich bin im nächsten Rang gerannt. Ja, ich muss sowieso eben so ein A-Mobile müssen. Na. Uh. Bin gerade versucht, einfach mal meinen Kompass rauszuholen. Und uns querfett einzulotsen. Nach Berenzino. Oh, das lohnt sich nicht. Ne, das lohnt sich nicht. Wir müssen hier lang. Oh, ich habe Legs. Ich habe Legs. Das liegt am Spielen, nicht am Stream. Der ist 1 A. Yeah. Der meckert nicht. Weißt du, ob es schon Crash-Sites gibt? Es soll Abstütze geben, aber die... Ja. Wo die sind, weiß ich nicht, aber die gibt es. Und Hubschrauber sollen demnächst kommen, habe ich auf Facebook-Seite gesehen. Boah, das ist ja so geil. Das ist ja so entgeil. Aber ob die... Ich habe es jetzt nicht weiter durchgelesen. Ich habe nur gesehen, dass sie kommen sollen. Die Überschrift. Mhm. Und... Ob die jetzt auf der Stable kommen oder erst mal auf der... Sag schnell. Explendal. Weiß ich nicht. Mhm. Ach Gott. Experimental. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Überdrechts neben der Straße eine kleine Tanke kommt. Laufen wir nicht mehr der Straße entlang, sondern geradeaus durch. Okay. Das ist noch ein kleiner Abhang. Okay. Das ist die Mörderkurve, die du fährst von Polana nach Brasmasdorf. Hehehe. Die ist schon so oft aus der Kurve geflogen. Na, hier. Ja. Die sollten mal hier Fahrräder einführen und was noch alles, ey. Das gibt es ja überall schon. Dringend. Aber lass nicht ja auch Zeit mit dem Spiel weiterzuentwickeln, ne? Finde ich krass, ne? Na, das machen wir erst kleine Sachen. Ja, ähm. Aber es sind... Warte, ich will hier looten. Ähm. Es sind aber auch Games schon draußen da, wo es alles schon drin ist, weißt du? Und das ist dann schon krass, wenn du sowas denn... Das finde ich schon krass, dass die sich gerade so viel Zeit lassen. Keine Ahnung. Es ist halt... Es sind Entwickler. Ja. Da stecken wir beide ja nicht drin. Da kann man nichts gegen sagen. Nee. Also wenn man echt schon sieht, was die hier für Maps und so weiter leisten, da bin ich persönlich schon mal ziemlich froh, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Und was sie auch für Games machen. Ja, klar. Sie haben wahrscheinlich zu wenig Leute und Dean Hall geht weg und so weiter. Aber... Das macht mir persönlich nicht so viel aus, weil ich sowieso nicht weiß, was Dean Hall für eine Position da hatte. Ja, er war irgendwie Headmanager oder so weiter, aber was genau der jetzt macht, ne? Was so ein Headmanager macht beim Spielentwickler, ich hab keine Ahnung. Stimmt. Ihhh. Was denn? Weiß ich nicht, ne Spinne? Nee. Mein Handy hat vibriert. Achso. Hey, der hat mich doch gerade eben angenommen. Gehst du auch mal mit Facebook? Aber... Hm. Gibt's hier gelooten? Ja, aber... Meiner sagt, wieso? Er hat Hunger. Ich hab Essen. Ich auch. Aber vielleicht find ich noch eine bessere Waffe. Ich glaub hier noch nicht. Okay, denkst du jetzt recht, oder? Ja. Wenn du eine Säge findest, sag Bescheid. Eine Säge? Ja, dann kann ich meine Knarre abziehen. Ah ja. Und hier sind ganz viele Schulrucksäcke. Also sowas brauch ich nicht. Nee. Das brauch kein Schrein. Bitte Mine. Hier ist eine Säge. Hier ist eine Säge. Ich komm. Kann ich doch mitnehmen. Bring ich den mit, ist gut. Okay. Hexor. Ich bin bei Steam noch auf online. Bin blöd. Wieso? Hast du Angst, dass du angeschrieben wärst, oder was? Nee, nee. Ich hab gerade Benachrichtigungen bekommen. Ich bin wie auf der Straße. Was hab ich denn alles doppelt? Ah, den Schlagstock brauch ich nicht mehr. Guck mal, der nimmt schon wieder viel zu viel Platz weg. Bist du weitergelaufen? Nee, ich bin ein Haus weiter, oder zwei. Ich warte hier einfach auf dich. Yay. Also wir sind gleich am Ost der Field, nenne ich mich nicht. Genau am Ost der Field. Liegt jetzt auf dem Boden, die Säge. Wollen wir da gleich bessere Waffen oder Gegner zu finden? Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, haben wir es zu tun. Ja. Wie sieht von hier aus genauso aus wie vorher. Ja, hat nichts gemacht. Die dumme Sau. Geht gar nicht. Da muss ich... Hm. Egal. Egal, ja. Nicht drüber nachdenken. Es ist der Sie. Ja, aber es geht. Hier ist okay. Es passiert nichts mehr. Ähm. Wollen wir weiter? Ja, hier liegt noch eine P1, wenn du eine brauchst. Eine was? Ne, P1. So eine kleine Pistole. Ja, eine Pistole habe ich auch. Ich habe eine P1. Habe ich auch. Ich habe auch keine Muni dafür, glaube ich. Also ich habe so Punkt 22er, aber ich weiß nicht. Brauche ich den überhaupt? Ähm. Ach. Gibt es für eine Muni? Ja, habe ich. Ja, ich habe nochmal Sinn. Ich brauche sie nicht. Achso. Na, guck mal. Ach Gott, wo lauf mir denn lang? Ich glaube, wir sind falsch. Ach nee, vielleicht nicht. Vielleicht auch doch. Ich glaube nicht. Ah, nee. Ah, nee. Alles gut. Ich erkenn's wieder. Okay. Glaube ich. Fahr ich mal mit Auto in die Straße damit. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ja, stimmt. Oder mit dem Fahrrad? Ja. Ah, nee. Das ist aber... Bist du beaufgabend? Ah. Brauchst du das eigentlich essen? Oder nicht? Ja, doch. Ah, nee. Ich habe genug essen. Okay. Wieso bin ich denn auf einmal hungry? Eat it. Mit dem Nacht. 80 Prozent. Doch, ein Can-Opener. So. Erst mal was essen. Eat it. Eat it, eat it, eat it, eat it, eat it. Erst alles. So, dann. Ich habe noch Reis. Ich habe noch Powered Milk. Ich habe noch so... Ja, Milch habe ich auch gefunden. Ja, das ist einfach die bestmögliche Nahrung in diesem Spiel momentan. Unter anderem mit Reis zusammen und so weiter. Das ist einfach richtig chillig. Wo bist du hin? Im Haus, oben und es gerade. Ich glaube mal... Weiter runter... Bis zur nächsten Kreuzung. Und guck mal, was es da so gibt. In den Häusern. Geil. Klamotten. Red Twang... Oh, shoot. Hedge. Okay. Geil, jetzt habe ich einen Soundbug. Wie eklig ist das denn? Wieso? Lädt der nach, oder was? Nein. Ich habe vorhin mit dem Messer auf den Boden gehauen. Ja. Jetzt hat er alle 10 Sekunden, dass er mit dem Messer schlägt, quasi. Diesen... Lufthauch. Ich habe eine Waffe gefunden. Wo bist du? Bist du ins Dorf wieder zurück reingelaufen? Warte. Geil. Ähm. Nein, ich... Die eine kommt in die Hände und die andere auf dem Rücken. So. Ähm. Bring ich dir. Ich glaube, die ist ganz nice. Lass mal wieder an der Hauptstraße treffen. Ja, ich sehe dich gerade. Ah, ja. Komm mal her, hier. Aber du läuchst ja gar nicht, ja? Du gleitest über den... Elegant über den Asphalt. Ähm. Du musst mal gucken, ob das beides zusammenpasst. Was ich da hingelegt habe. Puh. Oh, alter, dieses scheiß Messer-Sound. Äh, nee, stopp. Erst die auf dem Rücken nehmen. Na, nicht F2 drücken. Sollst nicht F2 drücken, sollst zwei drücken und diese scheiß Machete in die Hand nehmen. Pass jetzt auf. Pass jetzt auf, bitte auf. Ich hab dir doch nichts getan. Ah, hört auf. Nice. Ähm. Ich guck mal, ob hier irgendwo ein Brunnen ist, weil ich brauch Trinkwasser auch für Stationen, Dings. Nö, ist hier nicht, ne? Ne, ich meinte, ähm, hat nicht geklappt. Ne. Pass nicht, pass nicht, pass nicht. Bade. Ja, was, was, hab ich denn, hab ich nicht eben gelesen, die braucht die Money? Oder 2,6 x 39. Oder hast du mir 20 Schuss gegeben? Ach, nee. Ja, nee, ja. Das ist die falsche Money. Die muss halb so lang sein. Hast du die Money noch? Ja. Denk mir immer wieder, das ist meine Mosel-Money. Würde ich ganz gerne behalten. Liegt doch. Ja, ich seh's. Das ist, glaub ich, auch nicht die richtige Money. Ich meine, das sind, äh, goldene Waffen, also Money-Kugeln. Nicht so eine Musen-Kugeln, sondern die sind etwas golden. Hier ist noch eine Trink-Buddel, aber die ist Damage. Ja, ich hab, Trink-Buddel hab ich eigentlich auch. Äh, hoch, so. Das Trink-Buddel haben ist nicht das Problem, sondern dieses Scheiß-Trink-Buddel. Das Trink-Buddel aufhören, das ist das Problem. Hehe. Oh. Dann können wir weiter? Oh, wie steht denn? Ist das ein Auto? Das ist, keine Ahnung. Oh, nee, ist kaputtes Auto. Ist kaputtes, ja. Oh, hier ist ein Einkaufsladen. Ein kleiner, ja. Because fucking logic, alter. Okay. Ja, es ist noch ein early success. Ja. Natürlich nicht ehrlich, eine Motorsäge. Alter, ist das für dich. Wie viele Slots braucht die? Alter, ist das ehrlich, eine ganze Primary-Waffe? Ist das geil, dude? Hahaha. Nein, stopp. What? Ich weiß nicht, ob die noch, ob die irgendwie funktionieren kann, quasi, oder ob die... Mit Benzin, glaube ich, ne? Ja, weil ich höre halt keinen Sound. Aber ich würde es jetzt endlich mal so lange mitnehmen, bis wir zu einer Tanschele kommen, weil die auf den Weg liegt. Und dann auch so langsam mal loslaufen wollen. Ja, ich bin schon weiter untergelaufen, die Straße. Ne, das ist die falsche Straße. Okay, laufe ich wieder hoch. Ja, nach rechts. Über den Zaun. Ja, und dann geradeaus durch, ja. Genau. Genau. Okay. Ich bin deutlich lang. Wo bist du hin? Ach, da. Aber ich bin gar nicht langsamer als du, obwohl ich eine Muttersiege in der Hand habe. Doch, ich bin deutlich langsamer. Aber ich renne auch, ne? Ich weiß nicht, ob du rennst. Ja, also... Renten ist relativ, wenn man so einen 1,5 Meter Vorbau hat. Ja. Hast du richtig Holz vor der Räber? Ja. Oh, ich weiß noch, da oben, die Trailer-City oben drauf. Ach, waren das Zeiten in Epoch. Ja. Oh, in Epoch war diese Chainsaw richtig viel wert. Da konnte man die auch nicht finden, ne? Da war sie entweder da, also entweder konntest du sie kaufen oder es gab sie nicht. Obwohl doch, man konnte sie doch nicht sogar finden. Motorsägen, äh, Kettensägen, meinst du? Ja. Aber hier ist noch so ein großer Rucksack, was ich habe. Aber in Blau. Und Damage. Oh, im Morton-Backpack? Ja, so einen großen, hm? Ja. Ah, ja. Hab ich auch. Oh, der ist schon wieder hungrig? Boah, krass. Also, ich bin energized. Bin gut. Muss ich auch gleich mal machen. Ja, aber muss erst mal Ruhe. Aber das mache ich im Wald. Ah, okay, ich glaube, du kannst nicht schneller laufen. Hä? Ich glaube, wenn ich die Waffe runternehme, quasi, mit Lea da, die zwei Möglichkeiten, kann ich nicht schneller laufen. Bist du auf dem Futter oder läufst du mit? Ne, ich laufe dir noch hinterher. Bis zur nächsten Stadt und dann knabbe ich mich voll. Och, die nächste Stadt ist relativ. Wir haben erstmal auf der rechten Seite, ich glaube, ich wieder bald. Ich glaube, die kommt da vorne gleich, wenn ich mich nicht irre. Und dann dauert es noch ein bisschen, sind wir auch am Airfield. Ach so, okay. Ach nee, da oben kommt erstmal auch die Krasnastaf und dann sind wir am Airfield. Ja, die Krasnastaf-Handse, ich vollfuttern. Vollfuttern. Vollfuttern, ja. So, ich mache für meinen YouTube-Channel, ich weiß nicht, ob du es bei dir auch machst oder ob du aufnimmst, einen kleinen Cut. Voll 24 Minuten und dann. Ja. Das ist ein Schicksal, das ist ein Schicksal. Wuhu. Wuhu.